hallo und herzlich willkommen bei tiefer langsamer und näher dein podcast wenn du mehr tiefe und bedeutung in dein leben bringen willst langsamer und achtsamer werden magst und vor allem auch dann wenn du dir und deinem wahren selbst wieder näher kommen willst ich bin die britta und ich freue mich dass du da bist in der heutigen podcast episode geht es um die aus meiner sicht absolut wichtigste und eigentlich auch einzige relevante entscheidung die du jemals in deinem leben treffen solltest und zwar die entscheidung ja zu sagen zu dir selbst absolut bedingungslos und uneingeschränkt und ohne ausreden und für immer und ewig sozusagen ja ich will zu dir selbst und genauso wie das ja ich will in der kirche beinhaltet in guten wie in schlechten zeiten oder tagen bin mir gar nicht sicher wie das heißt aber genau so sollte auch das ja zu dir selbst eben auch in guten wie in schlechten tagen sein warum finde ich das thema so wichtig ich finde es deshalb so wichtig weil ich in den letzten jahren viel zu viele menschen gehört habe die mir erzählt haben ich weiß ja eigentlich was ich tun müsste aber und hinter diesem aber kamen immer alle möglichen ausreden gute gründe alles gute gründe gute gründe wie sicherheit oder angst vor dem unbekannten woher weiß ich dann dass es hinterher besser wird ich will niemanden enttäuschen ich will niemanden verletzen etc aber dieses aber hält uns eben von unserer eigenen inneren wahrheit fern selbst wenn das nach guten logischen gründen klingt bewirkt das dass wir uns selber belügen dass wir uns selber verleugnen und dass wir an unserer eigenen wahrheit vorbeileben in dem moment nämlich wenn wir was für uns als richtig und wahr erkannt haben wenn wir wissen was für uns richtig wäre und wir trotzdem nicht danach handeln entsteht eine diskrepanz eine diskrepanz zwischen dem was wir wissen und dem was wir tun und immer da wo diese lücke entsteht wo unser tun und unser wissen nicht in einklang oder in übereinstimmung sind in dem moment entfernen wir uns von uns selber das heißt wir sind so sehr von uns selber entfernt wie wir dinge tun denen nicht unserer inneren wahrheit entsprechen der moment wo ich schaffen würde dass alles was ich tue vollkommen mit dem übereinstimmt was ich im inneren für mich als richtig weiß das ist der moment wo ich vollkommen bei mir bin und alles andere ist wirklich mich von mir selber entfernen mich selber verlieren die folgen von diesem mich selbst verlieren sind vielfältig das eine ist dass es energie kostet es kostet mich deshalb energie weil ich eben in einer situation bleibe in der ich eigentlich weiß dass sie nicht mehr richtig ist und trotzdem versuche ich mich zu verbiegen oder die situation zu verändern oder was auch immer ich tue aber ich versuche ganz viel zu machen dass ich doch dort bleiben kann und das kostet zwangsläufig energie das heißt wenn ich mich ständig müde und erschöpft und ausgelaugt fühle oder wenn ich mich ständig leer fühle dann wäre das ein gutes zeichen oder ein gutes symptom bei dem ich mal hinschauen darf und schauen kann gibt es da in meinem leben irgendwo eine situation wo ich weiß tief in mir drin dass ich an meiner wahrheit vorbeilebe und eben diese diskrepanz dieses an meiner wahrheit vorbeileben ist das was mir energie absaugt was mich ausgelaugt sein lässt was mich erschöpft sein lässt eine andere Folge ist aus meiner Sicht auch ein mangelndes Selbstvertrauen wenn ich jetzt immer wieder mitkriege wie ich mich selber belüge wie soll ich mir selber vertrauen wie soll ich Selbstvertrauen aufbauen wenn ich doch jeden Tag mitkriege wie ich mich selber belüge das heißt in dem Moment wo ich anfange mich für mich zu entscheiden und meine eigene Wahrheit in den Mittelpunkt zu rücken in dem Moment kriege ich automatisch auch mehr Selbstvertrauen oder ich kann mehr Selbstvertrauen aufbauen eine andere Folge davon dass wir uns selber belügen ist dass wir nicht unserem Herz folgen dass wir vielleicht Ideen haben die wir total gern umsetzen würden aber wir schieben sie vor uns her wir haben das Gefühl das machen wir dann irgendwann später oder wir reden uns eben ein dass das sowieso keinen Sinn macht und dass wir sowieso nicht gut genug dafür sind egal was es ist wir verschieben unser Leben auf später wir hören nicht auf unser Herz wir setzen tolle Ideen die wir haben vielleicht nicht um auch hier wieder einfach aus diesen Sicherheitsaspekten raus und aus der Lüge die wir selber leben und vielleicht so ein kleiner Exkurs bei dem Thema mit den Ideen die wir vielleicht nicht umsetzen oder uns das selber nicht zutrauen im Kashmir-Shivaismus der Yoga-Philosophie aus der ich komme oder in der ich vor allem verankert bin gibt es so die Meinung dass eben alles ist eins ich denke das habe ich schon öfters gesagt alles ist höchstes Bewusstsein und dieses höchste Bewusstsein hat einfach unterschiedliche Formen und Ausprägungen sind einfach unterschiedliche Standpunkte und Blickwinkel das heißt dass wir alle anders aussehen dass wir alle anders denken dass wir uns unterscheiden können ist einfach der Tatsache geschuldet dass wir alle unterschiedliche Facetten vom gleichen Ganzen sind so wie meine Leber anders aussieht als meine Nieren und trotzdem sind sie beide Teil von mir als Gesamtorganismus jetzt in dieser Philosophie wird gesagt eben alles ist eins und dieses eine hat die unterschiedlichen Ausprägungen und hier wird vor allem unterschieden die Ausprägung von der Idee und der Kraft die Idee umzusetzen und die beiden sind untrennbar miteinander verbunden wir können das uns ganz logisch vorstellen wenn ich sage dass alles was jemals erschaffen wurde vorher die Idee dazu haben musste alles was wir auf der Welt sehen können wurde umgesetzt manifestiert erschaffen weil irgendwo vorher die Idee dazu da sein musste und nichts was existiert kann existieren ohne dass die Idee dazu da war ich denke das können wir noch einigermaßen verstehen was es aber auch heißt im Kashmir Shivaismus ist dass wenn eine Idee zu uns kommt dann kann die Idee auch nicht ohne die Fähigkeit dass wir sie umsetzen können aufkommen das heißt eine Idee könnte niemals zu uns kommen wenn wir nicht gleichzeitig auch die Fähigkeit hätten sie umzusetzen und das finde ich einen mega spannenden Ansatzpunkt für alle von uns die viele tolle Ideen haben und Träume und Wünsche aber nicht an sich glauben die Idee und die Fähigkeit die Idee zu manifestieren können nie separat voneinander existieren Elisabeth Gilbert schreibt in ihrem Buch Big Magic was ziemlich ähnliches und zwar sagt sie dass Ideen sozusagen unmanifestierte Wesen sind die sich ihren Menschen sozusagen wie als Wirt aussuchen und zwar den Menschen von dem sie glauben dass er sie umsetzen kann oder von dem sie wissen dass er die Fähigkeit hat sie zu manifestieren also wenn ich eine Idee bin bin ich dieses kleine Energiewesen und ich habe den Wunsch manifestiert zu werden und dann suche ich mir einen Wirt eine Person von der ich weiß die kann mich manifestieren und sie beschreibt das so schön und sagt wenn du eine Idee hast dann eben kam dieses Ideenwesen zu dir weil es wusste dass du es manifestieren kannst die Idee bleibt von dem Moment bei dir und wartet darauf umgesetzt zu werden und wenn du sie aber nicht umsetzt dann zieht das Ideenwesen irgendwann weiter weil der Wunsch von dieser Idee ist es umgesetzt zu werden und die Idee eben kommt nur zu Leuten die die Fähigkeit hätten sie umzusetzen das heißt aber eben nicht dass jeder die dann auch umsetzt und wenn wir das nicht tun dann geht die Idee irgendwann woanders hin und das sind die Momente die ich auch kenne dass ich irgendeine tolle Idee hatte und das nicht umgesetzt habe oder es mir nicht zugetraut habe und ein paar Monate später oder vielleicht ein Jahr später wie viel auch immer sehe ich dass jemand anderes das gemacht hat genau meine Idee und der erste Gedanke ist dann immer so oh scheiße es war doch meine Idee aber es war eben nicht meine Idee sondern die Idee hat mich besucht und als sie gemerkt hat ich komme nicht in die Gänge hat sie sich einfach jemand Neues gesucht der die Idee dann umgesetzt hat und das einfach wirklich nur so als kleiner Exkurs dazu dass wenn du Ideen hast dann kannst du sie nur haben weil da ein tieferes Wissen vom Universum von der Idee von wem auch immer es dass du die Idee auch umsetzen könntest und das nicht zu tun ist dann eben auch wieder an deiner eigenen Wahrheit vorbeizuleben ich für mich würde behaupten unsere eigene innere Wahrheit ist immer das was uns ein gutes weites freies Gefühl gibt das heißt alles in meinem Leben was mir nicht dieses gute weite freie Gefühl gibt ist nicht ganz in Einklang mit meiner inneren Wahrheit meine Essenz mein höheres Selbst ist pure Freude ist pures Glück und alles was nicht pure Freude und pures Glück ist ist nicht in Übereinstimmung mit meiner Essenz so simpel sehe ich das ich sage nicht dass es einfach ist das immer umzusetzen aber einfach als Kompass dafür was richtig wäre ist der ziemlich einfach zu sehen das heißt die Entscheidung ja zu sagen zu mir selbst zu meiner inneren Wahrheit ist letztlich die Entscheidung bedingungslos glücklich zu sein ist die Entscheidung mich immer für das zu entscheiden was mich glücklich macht oder mich immer für das zu entscheiden was mir ein besseres Gefühl gibt manchmal manchmal haben wir vielleicht Alternativen die wir beide nicht toll finden oder die wir alle nicht toll finden das kann gut sein und trotzdem gibt es auch unter den Alternativen eine die sich im Körper weiter und freier anfühlt eine Frage die hier immer aufkommt ist wie können wir unterscheiden zwischen der Stimme der Angst oder eben vom Ego und dieser inneren Wahrheit und die Unterscheidung auch hier ist an sich relativ einfach wenn du einen Traum hast sagen wir mal du willst dich mit irgendeinem Projekt selbstständig machen wenn der Gedanke an den Traum in dir eine innere Weite und eine Freude auslöst dann ist das deine innere Wahrheit dass danach dann eine Enge und eine Angst und eine Panik kommt ist dem Ego geschuldet ist dem geschuldet weshalb du an deiner Wahrheit vorbeilebst all diese Ängste und all die Gedanken die dich davon abhalten wenn aber der Gedanke an dieses eigentliche Ziel in dir Weite auslöst entspricht das deiner inneren Wahrheit wenn der Gedanke an dieses Ziel Enge auslöst dann ist es nicht deine innere Wahrheit aber die Unterscheidung wirklich ist wenn ich rein an das Ziel denke und ich überlege mir ich bin da schon und ich habe das umgesetzt wie fühlt sich es dann an wenn da ein Gefühl von Freiheit ist dann geh dorthin und ich sage nicht spring heut und hinterlass ein Chaos und löst dich von allem was bisher da ist aber entscheide dich in jeder kleinen Entscheidung im Alltag mehr und mehr dafür deiner inneren Wahrheit zu folgen dieses Ja zu dir selbst Ja ich will Ja ich will mir selber treu sein in guten wie in schlechten Tagen entscheide dich dafür und wenn du dich einmal dafür entschieden hast dann entscheid nicht morgen wieder anders du würdest auch naja gut manche machen das heutzutage aber normal würde man auch nicht heute heiraten und sich morgen wieder umentscheiden und ich weiß es kommt ab und zu vor aber in der Regel ist es mal eine Entscheidung bei der man auch erstmal bleibt auch wenn das Commitment bei Hochzeiten heutzutage vielleicht nicht mehr ganz das gleiche ist wie es auch schon mal war und wie gesagt es muss nicht die große lebensverändernde absolute Entscheidung sein aber schau in jeder kleinen Entscheidung in deinem Alltag sage ich mit der Entscheidung Ja zu mir oder sage ich mit der Entscheidung Ja zu meiner Angst und je mehr du es schaffst die Diskrepanz zwischen dem was du fühlst und dem was du tust zu verringern desto näher wirst du dir selber kommen desto mehr Energie wirst du haben desto mehr Selbstvertrauen wirst du kriegen und desto schneller wirst du komplett in deine innere Wahrheit kommen deswegen ist mein Tipp heute an sich super simpel und trotzdem nicht einfach in der Umsetzung der Tipp ist in jeder Entscheidung in deinem Alltag dich für das zu entscheiden was ein Ja zu deiner eigenen Wahrheit ist was dazu führt dass du dir selber treu bist und was dazu führt dass du dich mehr und mehr von deinen Ängsten und dem was dich von deiner inneren Wahrheit abhält abwendest und wie gesagt es muss nicht die absolut lebensverändernde größte Entscheidung sein die du noch heute treffen solltest aber in kleinen Schritten und dein Körper zeigt dir hier wirklich den Weg du kannst dich zum Beispiel für den Moment einfach mal aufrecht hinstellen und wenn du gerade im Zug sitzt oder im Auto dann mach das irgendwann später aber wenn du irgendwo bist wo du dich hinstellen kannst stell dich für einen Moment hin und schließ deine Augen halte die Füße so ein bisschen weiter als hüftbreit geöffnet die Knie ganz 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 sanft gebeugt einfach so dass du weich in den Knien und Beinen bist und jetzt stell dir in dir ein riesengroßes fettes lautes Ja vor sag Ja zu dir und sag einfach Ja und beobachte was mit deinem Körper passiert dann komm wieder zurück lass das los kannst das Ja kurz ausschütteln und stell dich dann nochmal hin schließ die Augen knie ganz sanft gebeugt und sag dir jetzt mindestens ebenso fettes großes dickes nein ein absolutes nein und beobachte auch hier was dein Körper tut und komm dann auch wieder zurück und was ganz häufig ist ist dass es unseren Körper bei einem Ja nach vorne zieht und bei einem Nein nach hinten drückt das ist was was ich ganz oft beobachten kann was ich bei mir spüre was ganz viele Leute sagen ein Ja zieht uns nach vorne und ein Nein drückt uns nach hinten manchmal hört man beim Nein auch dass der Körper sich generell verengt oder dass der Bauch zugeht oder dass irgendwie so ein dumpfes Gefühl entsteht aber wirklich eben schau was bei dir aufkam und dann nutz diese körperliche Reaktion für all deine Entscheidungen im Leben und wirklich fang mit so simplen Dingen an wie im Supermarkt mir zu überlegen kaufe ich heute Gurken oder Tomaten und dann stell dich hin und frag soll ich heute Gurken kaufen und guck ob dein Körper Ja sagt oder ob dein Körper Nein sagt und dann geh mit dem und je mehr du das übst und praktizierst desto mehr eben selbst Vertrauen findest du in die Fähigkeit deiner inneren Stimme trauen zu können und desto eher wirst du auch für größere Entscheidungen das Vertrauen finden auf dich und deine innere Wahrheit zu hören Was ich für mich wenn ich das mache manchmal feststelle ist dass ich die Frage nicht stellen will aus Angst vor der Antwort und auch hier also die Angst vor der Antwort sagt mir ja schon dass ich weiß dass eigentlich was anderes für mich richtiger wäre und ich will es einfach nicht hören weil in dem Moment wo ich das bestätigt kriege von meinem Körper dass das was ich tue gerade nicht das Richtige ist in dem Moment wird es mir noch schwerer fallen so weiter zu machen wie bisher wenn ich unbewusst darüber bleiben kann dass ich an meiner inneren Wahrheit vorbeilebe fällt es mir einfacher weiter an meiner Wahrheit vorbeizuleben als wenn ich dann bewusst weiß dass das was ich tue nicht sinnvoll ist und deswegen merke ich wirklich manchmal bei mir dass ich die Fragen nicht stellen will aus Angst vor der Antwort und auch hier ist es deswegen für mich einfach eine Übung zu schauen kann ich mehr und mehr in absolut jedem Lebensbereich zu mir selber ehrlicher werden kann ich mehr und mehr wirklich eben mir selber vertrauen lernen und sagen können okay ich wollte das jetzt zwar so nicht hören aber eigentlich wusste ich ja dass es so ist und jetzt springe ich halt und jetzt gehe ich den Weg und jetzt entscheide ich mich dafür deswegen eben wirklich kann ich mich für meine innere Wahrheit mehr entscheiden als für meine Ängste damit bin ich dann mit der heutigen mehr oder weniger heirate dich selbst Episode am Ende und ich hoffe dass du auch hier wirklich wieder was für dich mitnehmen konntest dass du vielleicht lernen kannst besser auf deinen Körper zu hören dass du diese Stimme der inneren Wahrheit anfängst mehr zu hören und dann wirklich eben auch anfängst die Diskrepanz zwischen dem was du im Inneren weißt und dem was du tust zu verringern ich würde mich wie immer freuen wenn du einen Kommentar hinterlassen willst wenn du eine Bewertung auf iTunes abgeben magst oder eine Rezension hinterlassen willst ich freue mich natürlich auch mega wenn du den Podcast teilst wenn du den an Freunde weiter schickst die davon vielleicht auch profitieren können wenn du ihn auf deinen sozialen Medien teilst einfach dass andere wirklich den auch finden und für sich was mitnehmen können wenn du noch nicht für mein Newsletter angemeldet bist dann mach das gern auch noch sodass du immer informiert bleibst was bei mir grad so läuft und was so die neuen Dinge und Themen sind die aufkommen und auf jeden Fall danke dass du da bist und dass du zuhörst und danke auch an der Stelle mal für alle tollen Feedbacks die mich so jede Woche irgendwie erreichen und ja danke und eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal Ciao und bis zum nächsten Mal Ciao